Aus und vorbeis Lüwe Mais wurde gefeuert. Die schöne Holländerin ist ihren Moderatorenjob beilies dankselos. Mehr zum Thema extra für sie angereist, so süß schwärmt Silvie Mais Verlobter von ihr eigene Kollektion, nur Stücke die sie selbst gern trägt. Sieben Jahre lang moderierte sie an der Seite von Daniel Hartwig, Deutschlands beliebteste Tanzshow. Im VIP-Bereich interviewte sie die Promi. Jetzt ist damit Schluss. RTL hat Silvie Mais gefeuert, die Ex von Raphael van der Wart knallhart ersetzt. Ich bin natürlich wahnsinnig enttäuscht, verrät die 34-Jährige der Bild-Zeitung.